Happy Birthday to you! Okay, da sind die Geburtstagskinder eingeblendet und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Nicht mal Free Fire, sondern Free Fire Max mal wieder, weil Free Fire nicht ging. Und ich spiele Clash Squad. Viel Spaß! Okay, da würde ich mal sagen, es geht los. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, wie ich Großmeister werde. Es werden nur die ersten 300 Spieler Großmeister. Nur die ersten 300 Spieler werden Großmeister. Ah, Mist. Ich dachte, ich schaffe das noch. Aber ne, ich schaffe es nicht mehr. Schade, schade, schade. Okay. Also die besten 300 Spieler werden halt nur Großmeister. Und... Ach, was habe ich denn erst gemacht? Scheiße. Egal. Und natürlich... Keine gute Waffe hier. Nichts, gar nichts. Und natürlich ist das am ersten Tag schon vorbei. Also ich muss... innerhalb... innerhalb... innerhalb vom ersten Tag müsste ich schon äh... die 5000 Punkte erhalten. Damit ich... Damit ich Großmeister werde. Das ist natürlich richtig heftig. Okay, jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Immer wenn ich rede. Ich will mich nicht konzentrieren. Deswegen... Jetzt... Aber die? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's grad. Halsche Knopf. Ah, der Sound ist wieder weg. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich muss jetzt singen. La 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 la. Ne gut, ähm, ihr wisst bescheid, der Sound ist weg. Was ist jetzt hier los? Dann kommt das alles dran. Was habe ich hier gedrückt, dass der Sound weg ist? Ohne Sound zu spielen ist voll scheiße. Ich höre nicht, wo es so lang laufe. Ich höre nicht, wo es so lang laufe. Okay, okay. Schon mal gut, ohne Sound. So, was braucht man denn noch hier? Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Okay. Ich habe auch nicht gehört, dass da irgendeiner langläuft. So, ein Mist. Also muss ich gleich nochmal das Spiel resetten, damit ich wieder Sound habe. Aber ja, das werden wir verlieren. Das haben wir verloren. Einer gegen drei. Ja. 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 Ja, und down. Okay, das war's mit der ersten Runde. Dann schnell einmal Spiel resetten und neu starten. Besser die Likes verteilen. Hä? Wo sind 300? Gut, dann sag ich mal bis gleich. Okay, und die zweite und letzte Runde geht los. Ah, jetzt haben wir es wieder ein bisschen lauter machen. Zu laut. Gut, dann geht's mal los. Gut, dann geht's mal los. Ah, Mensch. Ich weiß ja nicht, ich bin ein Zombie. Nice, nice, zuppi. Jetzt, diesmal wichtig, wir kaufen das hier. Dann dies und zweimal Energie. So, dann renne ich hier oben lang, ohne Waffe bin ich ein bisschen schneller. Oh? Okay. Ich habe nur einen gekillt, aber auch gut. Ich denke mal, das werden wir jetzt locker gewinnen. Gute Arbeit. Ich muss mich beeilen. Sonst, die Zeit gleich vorbei. Ah, egal. Mann, ich kann ja hier rein. Das ist schon einer. Ach, Mensch. Ich glaube, das ist heute nicht mein Tag, wirklich. Schon zu spät. Ich habe heute morgen Probleme gehabt. Hinter dir. Boah, nice. Das ist ja mal geil. Ist ja durch die Zone gestorben. Ich kenne das ja. Okay. Aber das. Und das. Das. Und das. müsste eigentlich passen. So. Einmal ohne Waffe laufen. Ich meine die gleiche richtig. bis ja super ich habe ein kill ein kill hast du noch nicht mein tag heute naja was soll's also vielleicht werde ich in der nächsten saison großmeister wenn ich das dann einen tag schaffe auf 5000 punkte zu kommen ansonsten werde ich jetzt so einfach weiterspielen bis zur nächsten saison also dann viel spaß auf Wiedersehen